Sie dachten, sie hätten die Welt gerettet. Es hängt alles zusammen. Wir sind alle verbunden. Rette die Cheerleaderin, rette die Welt. Etwas Furchtbares kommt auf uns zu, aber wir können es aufhalten. Sie dachten, sie hätten alles richtig gemacht. Sie haben ein Virus erschaffen, das Milliarden Menschen umbringt. Ich war in der Zukunft. Ich hab's gesehen. Doch der größte Kampf steht ihnen noch bevor. Die neue Staffel der Mystery Erfolg-Serie. Die Sonnenfinsternis. Heute wird sich alles verändern. Etwas geschieht mit mir. Sie besitzen den Schlüssel, der das Geheimnis erschließt. Echt jetzt? Er freut mich zu sehen. Wollen wir uns die Cheerleaderin? Los geht's also. Das Spiel beginnt. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Heroes, die dritte Staffel. Der Start am 2. September bei Ariel 2. Es endet hier.